Wikinger ohne Furcht und Tadel Bei der EM 2016 schrieb Island ein Fußballmärchen – jetzt soll bei der WM gegen Argentinien neues Kapitel folgen. Die Erwartungen an das Team sind seit der EM massiv gestiegen. Das ärmellose Trainingshirt erlaubt einen Blick auf den tätowierten muskulösen Oberarm. Mit Zopf und entschlossener Miene steht Ruhe mit Akut KGE mit Akut Slason am Trainingsplatz und erklärt das Selbstverständnis seines Landes, Isländer sind Gewinner. Sie erwarten immer von uns, dass wir gewinnen. Die Erwartungen sind da. Und ich hoffe, dass wir die Wünsche erfüllen können. Das seit der EM 2016 bewunderte rhythmische Hu soll auch in Russland mit Enthusiasmus und möglichst oft vor der Funkkurve geklatscht werden. Der Status als WM-Neuling zählt nicht als Ausrede bei GE mit Akut Slasons stolzen Landsleuten. Seit dem sensationell guten EM-Debüt 2016 mit dem Sieg gegen England im Achtelfinale und dem Aus erst eine Runde später gegen Gastgeber Frankreich sind die Erwartungen an das Team um die Deutschland-Profis GE mit Akut Slason und Alfred Finnbogason massiv gestiegen. Auf dem Papier haben sie das bessere Team. Das ist am ersten Spiel für Island bei einer Fußball-Weltmeisterschaft an diesem Sonnabend, 15 Uhr, gleich gegen Argentinien mit Lionel Messi geht und die Gruppe D mit Crotien und Nigeria als weitere Gegner eine der schwersten dieser WM ist? Geschenkt. Auf dem Papier haben sie das bessere Team. Aber wir haben schon gezeigt, dass wir gegen bessere Teams Ergebnisse erzielen können, sagte Flügelspieler GE mit Akut Slason, der erst zu Wochenbeginn seinen Vertrag beim SV Sandhausen bis 2020 verlängerte. Für ihn sind Spiele mit dem deutschen Zweitligisten und seinem Heimatland vergleichbar. Wir sind jeweils eine kleine Mannschaft. Aber wenn wir 110 Prozent geben, dann können wir etwas erreichen. So wie bei der M, als schon das Überstehen der Gruppenphase mit den Gegnern Ungarn, Portugal und Österreich eine große Überraschung war. An-O mit Akuta Ingvi Traustason erzielte damals in der Nachspielzeit das 2-Doppelpunkt-1 gegen die Österreicher und sorgte für einen Hit im Netz, weil Islans TV-Kommentator völlig aus dem Häuschen geriet. Nie zuvor hatte das Land ein Spiel bei einer Endrunde im Fußball gewonnen. Ob er daran glaube, wieder so ein historisches Tor schießen zu können? Ja, klar, antwortete Traustason auf dem Trainingplatz vor der letzten Einheit in Gelenchik und lachte. Wie Augsburgs Finnbogason – wir haben nichts zu verlieren. Die Südamerikaner aber haben immer viel Druck. Da ist sicher was möglich, denkt auch Traustason an einen Cup gleich zu Beginn. Die wollen vermutlich einfach nur gewinnen und dann ans nächste Spiel denken, meinte er in Richtung Argentinien. Es ist okay, wenn uns andere Länder unterschätzen. Die goldene Generation um den Ex-Hoffenheimer Gülfi THO mit Akuter Sigurdsson und Kapitän Arun Einar Gunasson, den bärtigen Anführer beim HU, hat schon mit der WM-Qualifikation als Gruppenseger vor Krotin, der Türkei und der Ukrainer Historisches erreicht. Gewesen sein soll es das aber nicht. Das ist der größte Erfolg in der Fußballgeschichte von Island. Wir wollen ihn noch größer machen, sagte Traustason. Messes letzte Chance. Island könnte damit leicht zum Start zu Stahlione Messi in Reihen von Argentinien einen schweren Dämpfer versetzen. Der bald 31-Jährige nimmt 40 Jahre nach dem ersten WM-Triumph der Südamerikaner und 32 Jahre nach der WM des Diego Armando Maradona den wohl letzten Anlauf auf den größten Fußballer-Ruhm. Mehr noch als in den Jahren 2006, 2010 und 2014 scheint wohl und wehe der Alpice-Liste von Messi abzuhängen. Viertelfinale 2006, Viertelfinale 2010, Finale 2014 alle gegen Deutschland verloren. 2015 und 2016 im Finale jeweils die Copa America verspielt, vor zwei Jahren aus der Alpice-Liste zurückgetreten. Wiedergekommen und die Mannschaft unter ihrem mittlerweile dritten Trainer seit der WM in Brasilien mit größter Mühe nach Russland geführt.